Was geht ab Freunde, Sascha von SkillgamerTVs Video und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo zu FIFA 15 Ultimate Team. Im Hintergrund seht ihr schon ein Team, was aus erischen Spielern besteht, nur aus erischen Spielern. Manche wissen schon worum es handelt, findet ihr auch im Titel, ist ja klar. Oder im Thumbnail. Es geht um den Cent Patrick's Day, der am 15. März dieses Jahr ist. Manche werden jetzt wahrscheinlich denken, wir haben erst Januar und du kaufst jetzt schon die Spieler. Aber man muss dazu sagen, dass die Spieler jetzt, ich denke mal so Ende Januar immer weiter steigen. Immer so ein bisschen, immer weiter steigen, zum Beispiel in Form der jetzt vielleicht 20.000 Münzen wert ist, ist am Ende Januar oder anfangs Februar 40.000 Münzen wert. Weil jeder weiß, bald kommt es und bald kann man richtig viel gewinnen mit den Spielern machen. Deswegen bringe ich jetzt für euch schon mal ein Informationsvideo raus. Falls die es machen wollen, ich würde es natürlich empfehlen, ich habe es auch gemacht, das werdet ihr auch gleich sehen. Seht ihr ja schon am Team. Macht es einfach. Ich meine, auch wenn ihr nur 100.000 Münzen habt, investiert 30.000 Münzen. Oder investiert einfach nur in einen Inform. Zum Beispiel hier vorne ein Stürmer, habe ich mir einen Inform gekauft. Shane Long von Southampton aus der Barclays Premier League. Sehr gute Werte als Stürmer, den kann man eigentlich auch so benutzen. Aber es hat echt starke Werte, kostete 33.000 Münzen. Und ja, letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Da war ein McGee genauso viel wert wie jetzt. Jetzt hat er mir 900 Münzen gekostet. Also im Moment kostet er, denke ich mal, so 1.000 Münzen. Da war ein McGee genauso viel wert. Vielleicht noch ein bisschen mehr, so 1.200 oder 1.400 Münzen so maximal. Und der ist dann gestiegen. Ich glaube, der teuerste, den ich verkauft habe, war 7.500. Ein McGee. Wenn ihr davon jetzt 10 Stück, ja 10 ist zu viel, sagen wir mal 5. Für 900 Münzen. Ja. Dann habt ihr 900 Münzen investiert in einen Spieler. Und aus einem Spieler bekommt ihr dann, denke ich mal, so 6.000 bis 7.000 Münzen wieder raus. Das sind 5.000, 6.000 Gewinn, kann man schon so sagen. Durch einen Spieler, immer noch, ne? Also einen Spieler. Wenn ihr davon jetzt 5 Stück kauft, dann macht ihr davon, keine Ahnung, 20.000 bis 30.000 Münzen Gewinn. Und es gibt natürlich auch andere Spieler. Zum Beispiel O'Shea, der im Moment 400 Münzen wert ist. Der wird dann auf 2.000 Münzen in irgendwas steigen. Die werden alle steigen, das kann ich euch sagen, zu 100%. War letztes Jahr, vorletztes Jahr genauso. Warum sollte es dieses Jahr nicht sein? Ja, hier gehen wir Spieler durch. Die sind alle ja hier günstig. Silberspieler, 1.900 Münzen schon. Obwohl er nur 67 Tempo hat. Also ihr seht schon, das ist... Die Preise gehen schon hoch. Genauso wie Coleman, jetzt im Moment 900 Münzen wert. Genauso wie McGillie, der wird später auch viel wert sein. Und Westwood, oder wie man auch immer aussprechen mag, Torwart, der mit den besten Werten ist noch Given. Given ist günstiger. Westwood, 4.800 Münzen. Der wird wahrscheinlich aufs Doppelte oder aufs Dreifache steigen. Dann haben wir noch... Ähm... Hier ein... Linker Flügel ist nicht so gut besetzt bei den irischen... Bei der Irländer oder irischen... Ich nenne mal irischen... Irischen Nationalmannschaft. Und dann natürlich vorne drin, wie gesagt, Chainlong. 33.000 Münzen, der Wert... Aber ich nenne mal Maximum über 100k. 120k ist Maximum mindestens, denke ich mal, das Doppelte. Also, ich hatte ihn letztes Jahr auch. Der war ein Silberspieler. Hatte... Ich weiß gar nicht, wie viel Tempo. Aber ich denke mal, ich glaube über 84. 84 bis 86. Da hat er mir 12.000 Münzen gekostet. Und ich habe ihn für fucking 50.000 Münzen verkauft. Jetzt wisst ihr Bescheid. Irgendwie shit, ich erzähle echt kein Bullshit. Ich habe das echt gemacht. Und ja, wenn er jetzt, der Inform, noch das Fünffache steigt, Denner hat man aber richtig gewinn gemacht. Aber ich denke mal, das Doppelte oder das Dreifache maximal. Und dann haben wir noch einen... Das ist unser Linksverteidiger. Der kostet jetzt schon 8.700 Münzen. Hat 92 Tempo. Es gibt keinen anderen Linksverteidiger. Der andere Linksverteidiger, den habe ich auf der Beobachtungsliste. Weil die Transferliste voll ist von Igerischen Spielern. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Der kostet 8.700 Münzen. Es gibt keinen anderen Spieler, der so gut ist. 92 Tempo. Natürlich kann man ein Turnier auch mit einem Spieler nehmen, Der jetzt, keine Ahnung, Der Bronziespieler, den ich auf der Beobachtungsliste habe, Linksverteidiger, hat glaube ich 70 oder 72 Tempo. Den kann man natürlich auch nehmen. Aber, die werden... Der Linksverteidiger hier, das ist der Einzige, Der richtig... Oh, richtig gut ist er auch nicht. Aber er hat halt das Tempo, ne? Der wird auch richtig steigen, denke ich mal. Haben wir noch auf der Bank Robert Keane, Sammon, Deney und... Ja, das ist er doch. Da habe ich so am Team Carroll. Der 73 Tempo, von der Bewertung her ist er nicht der zweitbeste, Aber ich meine vom Tempo her. Von der Bewertung ist er auch nicht der Bronziespieler hier. Der Linksverteidiger mit 92 Tempo am besten. Und ja, das ist mein Team. Ist im Moment nicht viel wert. Aber, ab 15. März ist es das, denke ich mal, das dreifache wert. Eigentlich wollte ich dazu kein Video rausbringen. Erst danach, also nach diesem St. Patrick's Day. Und euch zeigen, wie viel Gewinn ich da gemacht habe. So wie letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Aber, ich habe mal gedacht, komm, haust du jetzt ein Video raus, da müssen noch mehr ran. Auch wenn der Preis, denke ich mal, wenn das... Entschuldigung. Wenn das immer umso mehr machen, nicht deutlich steigen wird. Aber letztes Jahr haben wir... Das ist eigentlich egal. Letztes Jahr haben wir genauso viel gemacht. Hier haben wir noch vier dieser Carroll. Habe ich mir noch gekauft. Und Transferless, 77 Objekte, 80 Plätze. Drei habe ich noch frei, wenn nicht packt sie. Pass auf. So, das sind meine... Das ist meine ganze Transferless. Außer drei Plätze. Die sind nicht belegt. So, Coleman natürlich. Ganz viele hier. Immer weiter. Schön, McGee die eingekauft. Immer, immer weiter. Westwood. Den habe ich gar nicht im... Fahre ich mal in den Verein. Brauche ich noch für die Bank. Immer mehr. Manche denken wahrscheinlich... Digga, was machst du da? Investierst da so viele Münze rein und nachher kommt der St. Patrick's Day doch gar nicht. Ja, das mag sein. Dann bin ich auch ziemlich am Arsch. Hier haben wir noch einen. Garmsten 8900 mit Sentinel. Der wird noch mehr steigen. Wegen dem Chemiestil. Aber EA wird zu 100% den St. Patrick's Day rausholen. Haben sie die letzten zwei Jahre auch gemacht. Warum nicht diesmal? Und ja, das war es eigentlich dazu. Ich kann euch hier noch... Pierre McGee die Jahr 1500 RF. Normalerweise... Im Moment kostet der rechte Flügel von McGee die 3000 Münzen. Habe ihn für 1500 Münzen bekommen. Bekommt, das hat... Ist schon mal... Ein Gewinn von 1,5. Also denkt man so 1000 Münzen. Geben haben wir noch... Ja. Ich habe es euch gesagt. Ihr könnt es machen. Müsst ihr aber nicht unbedingt. Den können wir auch in der Verein packen. Damit wir die Bank auffüllen. Und noch ganz kurz zu sagen. Es gibt... Also ihr könnt... Machen wir auch... Machen wir einmal... Machen wir einmal Transfermarkt. Und St. Patrick's Day dürft ihr 3... Ne... Zwei Nationen und eine Liga nehmen. Die erlaubt sind. Zu einem ist es wie gesagt Irland. Brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Und... Wo sind sie denn? Ach da waren sie schon. Und Nordirland. Jetzt pass auf. Der beste Spieler ist... Events von Manchester United. Den kann man sich noch holen. Habe ich auch erst gerade bemerkt. Als ich die Suche gestartet habe. Den werde ich wahrscheinlich mir auch noch holen. Denn vielleicht noch 80er Tempo. Stürmer. Silberspieler war da auch noch. Brunt. Also... Da sind die irischen Leute... Also aus Irland. Nicht aus Nordirland. Schon viel besser. Und dann gibt es noch... Die Liga... Genau. Die hier. Aus der irischen... Äh... Die irische Liga. Und ihr seht schon. Bomben Spieler. Richtig. Gibt es überhaupt einen Goldspieler da? Ne. Bombenmäßig sag ich euch. Aber da würde ich euch kein von empfinden. Aus der irischen Liga. Vielleicht aus Nordirland. Da war dieser Events der Innenverteidiger. Den werde ich mir auch noch holen. Ähm... Mein Problem ist bloß. Meine Transferliste ist fast. Muss auf der Beobachtungsliste dann halt gammeln. Und... Ja. Falls ihr noch Fragen gehabt. Ich werde kurz vor dem St. Patrick's Day. Ich denke mal so. Zwei, drei Wochen vor. Noch ein Video dazu raushauen. Und dann danach. Wie viel Gewinn ich denn gemacht habe. Ich kann natürlich auch komplett falsch liegen. Dass die Spiele überhaupt nicht steigen. Aber das wäre zu... Ahnung. Zu 99% nicht stimmen. Eigentlich erzähl ich euch kein Bullshit. Ähm... Ihr könnt auch bei anderen YouTuber. Fall vorbeigucken. Die Tipps FIFA 14 gegeben haben. Das ist genau das gleiche. Und... Ich werde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt doch in die Kommentare, ob ihr das auch machen wollt. So, jetzt habe ich es. Und ich habe genug geredet. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ihr müsst einfach nur die irischen Spieler kaufen. Die sind echt gut. Hier nochmal das Team-Code zu zeigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Like da. Versprecher for the win. Haut rein. Und... Ciao.